müssen wir noch mal warte ach so ich muss sowieso mit so einem Mist jetzt müsste es klappen sehr schön fürst 2 kaputt kaputt gemacht warte ich muss hier noch ein bisschen was kaputt machen den ganzen gläser die du aufgewacht hast nicht meine gläser kommst du offensichtlich das buch schon wieder ja Du siehst! Ja! Willkommen zu Ihrer ersten Kuppel-Challenge! Win-or-Lutz! Sie müssen es zusammenfassen! Ach, ich glaube, wir werden es passieren. Alles klar, willst du es versuchen? Wir haben nicht Zeit für das. Oh, hast du Angst, zu verlieren? Ich? Oh, keine Ahnung! Bring es auf! Oh, ich werde es bringen. Alles klar! Okay! Ach so! Hau den Kodi! Alles klar! Ich hau dich! Oh, du wirst nicht schützt mich. Ich bin schneller als ein Malt. 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 Das ist ungefähr nicht schwer. Du wirst zwei gegen ein. Kann ich gewinnen? Ja! Verdammt! Ich bin schneller als ein Malt. Ich bin noch beim Spiel. Ja, das Spiel ist scheiße. Es gibt bessere. Ich bin schneller als ein Malt. Ich bin schneller als ein Malt. Ich bin schneller als ein Malt. Oh, das ist ein Malt. Der Kaffee ist schützt mich. Es gibt nichts besser. Wenn wir dann auch eine Stunde Schach spielen am Ende, oder? Kannst du Schach spielen? Nö. Wir werden keine Stunde dafür brauchen. Kannst du Schach spielen? Ja. Nicht gut, aber besser als du. Was machen wir damit? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Herrmann, können wir es tun? Scheinbar nicht. Kenn ich hier was, Herrmann? Hör mal, wer der Herrmann hat. Ach, du musst da oben lang schwingen. Wo lang? Genau da. Wie komme ich da hoch? Genau da. Achso, hier über die Treppe. Ich bin zurückgesprungen. Ich muss halt wirklich nicht mal versuchen, dich zu sabotieren. Ja. Oh, Tops. Oh, Tops. Nice. Mit drüben. Nu. Alles klar. Äh, wahrscheinlich was zu hämmern suchen. Ja, hier ist was zum hämmern. Da ist noch eine Maschine hier, Cody. Hau den Knopf. Ähm. Kann ich auch ohne dich schon weiter? Nein, kannst du nicht. Kann ich nicht. Tatsächlich nicht. Hm. Na dann. Ach, da musst du hin. So, Nu. Hier brauchen wir, glaube ich, noch einen Nagel dran. Sieht so aus. Ja, ich mach schon. Achso. Na hier, mach mal da einen Nagel rein. Oh ja, das wird lustig. Was wird lustig? Das Jump'n'Run. Das du machen musst. Hurra. Gut, dass ich den Computer ausgewählt habe, der das Jump'n'Run machen muss. Ja. Den einzigen übrigens. Ich werde keins kriegen. Deshalb hat es mich auch gewundert, dass du die Frau spielen willst. Verdammt. Wirklich? Ich muss ja meinen Jump'n'Run-Skills ein bisschen trainieren. Du hast ja in deinem Leben schon mal einen Mario gespielt. Einige. Tu einfach so, als würde die Frau einen Schnurrbart und eine rote Münze tragen. Oh je. Fast. Und hops. Weitere Richtung. Ich habe es trotzdem geschafft. Fromm, fromm. Was passiert hier? Alles. Okay, auf geht's. Ich konnte noch gar nicht zielen. Ich habe kein... Wie war das Timing von dem Ding hier nochmal? Ja. Du musst das dazwischen campen, damit das nicht weiter geht, oder? Oder wie? Und jetzt los? Ja. Jetzt wieder zack. Jetzt springe ich drüber. Und weiter. Jetzt hier rauf, oder? Jetzt muss ich hämmern, oder was? Äh, drauf rüber. Bringt nix. Ah, doch. Jetzt hier oben ist, wo ich den Nagel drinnen. Das ist schon. Oh, hopps. Da ist ein Hammer drinnen. Moment. Spring. Ups. Üh, falsche Richtung. Häng hier noch ein bisschen. Alles gut. Und... Jetzt. Jetzt. Und... Jetzt. Nice. Ich rutsche. Die Helden rutschen. So, ich würde sagen, hier. Das ist ein Drittnagel. Ich kann schon mal weitergehen. Und hier kann ich was hämmern. Ich glaube, du musst mich erstmal hochhammern. Ach, was. Ah, Mist. Da komm ich nicht weiter. Ich muss dich wirklich hochhammern. Scheiße. Er hat's geschafft. Mist. Okay. Jetzt machst du dich. Oh, großartig. Oh, großartig. Ein anderes Drittnagel. Was? Du denkst du, ich werde mich missen? Das war nichts. Du musst nochmal das erste Brett. Alles gut. Komm. Komm. Und. Mach das weg. So. Das nächste. Äh. Wir sollen das was werden. Ja, da bräuchte ich das Brett nochmal. Ups. Warte. Und so. Nein, nicht das. Oh. Das war... Verdammt. Das war meine Absicht. Nochmal von vorne. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Nein. Haha. Nochmal zurück. Jetzt. 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 Das ist eine weg. Oh nein. Das war jetzt mein Fehler. Oh nein. Das war jetzt mein Fehler. Jetzt. Und hops. Und hops. Und hops. Und hops. Und. Jetzt weg. Nein. Ich bin zu schlecht. Ja. So schnell bevor ich zu weit runter rutsche. Nein. Du fachst es. An der Kante abgesprach. Was fachst du denn? Ich bin an der Kante abgeprallt. Jetzt. Das ist ja scheiße. Gerade einfach mal nicht an der Kante ab. Wie wäre das? Jetzt. Jetzt. Warte. Und jetzt. Jetzt. Jetzt um. Das Spiel ist. Das Spiel ist schuld. Soll ich mal deinen Controller nehmen? Das wird glaube ich nix. Was? Als ob. Ja doch. Du könntest das nicht machen. Ein bisschen per Post rüber schicken. Meine Tastatur in meiner Maus meinst du. Ich glaube den ersten schaffst du auch so. Probier mal. So auf jeden Fall nicht. Ich habe dich wohl überschätzt. Ich habe dich wohl überschätzt. Den ersten Schuss. Was ist denn mit dir? Das dafür kriegen wir heute wohl noch hin. Ich bin mir nicht sicher. Jetzt. Was denn? Ich stand schon oben drauf. Hast es gesehen? Du hast es nicht gesehen. Ich bin runtergeraucht. Ich bin wieder runtergelaufen. Links wieder runter. Ich habe einen Schritt nach links gemacht und war wieder unten. ein bisschen dumm bist. Ja weil du ein bisschen dumm bist. So hops. Nice. So und jetzt warte. Jetzt den dort. Und den da drüber. So nice. Jetzt warte. Jetzt nicht den falschen rausziehen modi. Alles gut. Jetzt da drüber. Nice. Wenn ich. Da hoch. Und jetzt muss ich da drüber. Nice. Und nun? Jetzt gehst du runter. Ich habe Angst, dass ich hier runterfalle. So ja hier. Oh ja. Ich bin runtergefallen. Sehr gut. Alles nochmal. Ah sehr schön. Nee. Checkpoints. Oh hier sind Flaschen. Ja. Hier sind Flaschen. Ja. Ich verrufe die Flasche ein. Ach die andere Flasche. Die aus Glas nicht die aus Ton. Oh. In der Box. Oha. Der nächste Bosskampf, oder? Ja. Die sieht böse aus. Die, äh. Die Werkbank. Box. Ich weiß nicht was man das nennt. Äh. Ah. Runtermessen mal. Die Toolbox. Autsch. Ich wurde genagelt. Ich wurde gerade genagelt. Sorry. Autsch. Au. Au. I will never get away with this you subgroup. Verdammt. Sekunde. Kann ich nur um Stunden handeln. Alles gut. Ui ist die Ruhigzeit. Da muss ich hämmern. Äh, ja. Du musst auch für dich hämmern. Achso, na toll. Jetzt spring. Das wird nix. Doch, das wird was. Du wurdest genagelt. Ach du jetzt, achso, nein, nee. Hätte ich machen können, wenn ich früher... Aua. So ein rostiger Nagel kann ganz schlimm nie tun. Vor allem im Nachhinein. Ich versuch's. Ernsthaft? Oh, Moment. Ja, das ist natürlich besser. Hast du dich schon wieder nageln lassen, oder was? Oha. Plus Nägel natürlich. Das kann ja nix. Au. Okay, da kann ich irgendwas hämmern. Au. Das fände ich hier weiter, oder wie? Ich glaub, du musst da weiter. Moment. Aber ich muss da, ich muss hammern. Ja, Nagel, ich kann's dann festmachen. Also, hammer's erstmal. Na komm. Und wie komm ich da jetzt hoch? Achso, hier war ein Sprung. Ja, wie kannst du in einem Jump and Run woanders hochkommen? Hup. Das war zu niedrig. Zu hoch. So, hüpf und hüpf. Nein. So nicht. Ich komm dann später. Ups. Oh nein. Du hast den Nagel wieder rausgezogen. Ja. Ich hab den Nagel wieder rausgezogen. Na komm. Komm wieder runter. Vielleicht kannst du irgendwie mittig jetzt so. Bisschen weiter unten. Ja. Es ist ein bisschen weiter unten. Ups. Waff. Hätte ich gesprungen. Oh. Abs. Es sind doch beide tot. Das ist schlecht. Ja. Hilfe. Wir sind beide schon wieder tot. Wir sind beide wieder tot. Wir sollten versuchen nicht bald gleichzeitig zu sterben. Ach du, ich komm hinterher. Verdammt. Oder auch nicht. Verdammt. Ich bin tot. Ich bin tot. Vergiss nicht mit tief auszuweichen. Das wird nix. nix. Mache Nagel rein. Das ist ja schön. Moment. Da ist erstmal Nagel in mir. So Geschafft Aua Danke Es ist abzumos Kampf Ich sprinte Da musst du hin Oh, das ist schlecht Ja Ach du Scheiße Sollen wir das Spiel ausmachen für heute? Den Boss schaffen wir Den Boss wollen wir noch machen Wir wollen noch das Kabel zu Ende machen Ja, den Boss machen wir noch Würde ich sagen Verdammt Ach komm, das schaffe ich schon Achso, ich muss da unten hämmern Ja Au Mess, das schaffe ich noch mal Ich hoffe es Nicht sterben Ups Ja, das war richtig, bloß ein bisschen zu niedrig Ups Ich wollte es eigentlich nur ein bisschen absenken Moment Moment Und jetzt Ja, nice Und jetzt noch hier rüber Ja, nice Du lässt dich mal wieder nagen Der Wind wird auch echt alt Ja Okay Warte Na ja Gut genug Okay, Boss Kampf Äh, warte kurz Passkampf Oh nein, Arme Was für ne Musik Wie sollen wir irgendwas mit Armen besiegen? Spielen wir jetzt Arms oder was? Ah, okay Da musst du rein Hier Nagel ist Nagel, äh, Hammer rüber Achso, ich muss hier rüber schwingen Schwing rüber Na, das kann ja Das kann ja nichts werden Ups Äh, ich stehe hier auf einer Ich stand da Ich stand da unten An dem Rieskampf Gingen wir nicht hin Nein, wegen dir Nur das Nagel Verdammt Nagel fest Und Nagel dort zweimal Ja, hab ich Und schimpf Oh, Tops Nein, 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 nein Verdammt Fast Du hast nur einen versucht Das weißt du Wir haben viele Versuche Los, Nagel Jetzt schon Warum sollte ich? Das ändert nichts Ja, jetzt Und hops Und jetzt Sehr schön Und jetzt hier Hey Mann Oh nein Ich werde weggewischt Er hat dann noch Einschluss Und er hat jetzt ein Zeugs Ein Ding Ist eine Schneidemaschine Ein Bohrer Das ist ein Bohrer Ja, das ist jetzt schlecht Ach du Scheiße Warum? Äh, ich wurde genagelt Ja, ich werde weggewischt Ja, ich werde weggewischt Ja, ich werde weggewischt Ja Er braucht noch weitere Löcher rein Das ist jetzt kritisch Ja, natürlich Das könnte irgendwann kritisch Nee, macht er nicht Ich wollte gerade sagen Das wird irgendwann kritisch Wenn ich dann fünfmal fehle Ja, das ist jetzt ungut Ich lebe wieder Ups Und Nagel Bin unterwegs Ups Ups Und hops Und Hops Ich bin da Fast Bist du gegen die Kante gestorben? Ja, wie immer Au 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 Na, kommt Konzentration Und ich mach mich auf den Weg Los Und hops Und Hops Geöffnet Und der Arm ist ab Und 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 Epic Move Oh, in der Spadedose Und 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 Das muss ich Hämmern Und 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 Untertitelung des ZDF, 2020